Ja, Till, du wolltest uns was erzählen über die Kirche und die Medien. Mal einen Anfang machen da in der Richtung. Genau, das Thema Kirche und Medien finde ich schon lange ein interessantes Thema. Ich habe als Teenager schon mal einen langen E-Mail-Wechsel gehabt. Das war gerade kurz nachdem WDR 1 Radio zu 1 Live umbenannt worden ist und sich jugendlich und frisch gegeben hat. Und die Hörerzahlen in die Höhe schnellten. Und trotzdem gaben immer regelmäßig weiterhin die Sendung Kirche in 1 Live, was mich als Atheist schon damals gewundert und geärgert hat. Und dann habe ich ein E-Mail geschrieben an die Redaktion von 1 Live. Da war E-Mail auch noch ein relativ neues Medium. Und da kam auch sofort eine Antwort von der Redakteurin. Also es war ein Austausch. Und ich habe halt gefragt, warum das sein muss, dass in dem öffentlich-rechtlichen Medium die Kirche da so einen prominenten Platz kriegt. Und zuerst wurde die Frage gar nicht verstanden, als dann klar wurde, dass ich das kritisch meinte. Dann war die Frau ganz aufgeregt und traurig, dass ich das nicht gut finde und konnte auch nicht mehr richtig erklären, warum das eigentlich so ist. Aber sie hat das sehr verteidigt, obwohl sie nicht genau erklären konnte, woher das eigentlich kommt und warum das. Also sie hat halt so argumentiert, das gehört halt zu unserer Kultur dazu und das ist wertvoll und wenn man das ab und zu den Leuten ein bisschen näher bringt, dann kann das ja nur Gutes heißen. Und meine Argumentation, dass man halt Geld dafür bezahlt, als freier Bürger, auch wenn man nicht konfessionsgebunden ist, dann eine Propagandasendung von einer riesigen Sekte mitfinanziert. Das wollte sie alles nicht gelten lassen. Und das ist praktisch, wie ich in das Thema so ein bisschen reingekommen bin und dann habe ich mich lange Zeit nicht mehr damit beschäftigt. Jetzt ist dieser Podcast vielleicht eine gute Gelegenheit, da nochmal ein bisschen nachzuforschen und das habe ich versucht zu tun. Vielleicht ist es auch ein Thema, was ich über mehrere Folgen ziehen kann, weil ich glaube, man kann da beliebig viel und tief graben und ich finde es immer noch sehr interessant. Also ich fange mal so an, warum gibt es das eigentlich, wie ist überhaupt das öffentlich-rechtliche Fernsehen in Deutschland organisiert? Wo kommt das denn her? Weil, also, das war mir auch nicht so richtig klar, deswegen versuche ich mal so einen kleinen Überblick zu geben. Es war ja nach dem Krieg klar, dass es kein zentral gesteuertes Radio und Fernsehen mehr geben sollte. Also haben die Alliierten sich an dem Vorbild der BBC orientiert und haben gesagt, das ist ein gutes Ding, wenn man das so einrichtet, dass die Fernsehsender, dass es halt die sogenannten öffentlich-rechtlichen gibt, die halt von öffentlicher Hand und von öffentlichem Recht auch begleitet sind, existieren, die aber mit Absicht zu organisiert sind, dass sie staatsfern sind. Das hat unter anderem zur Folge, dass zum Beispiel in jedem Bundesland... Darf ich da zufragen, das haben Sie am Beispiel der BBC? Ja, die BBC... Das ist interessant. Ja, die BBC war ursprünglich ein privater Konzern, der gegründet worden ist und dann haben die Engländer entschlossen, weil dieser private Konzern immer mehr von Interessen aus der Wirtschaft überflutet wurde und da haben die Engländer entschieden, dass das so wertvoll ist und so eine Reichweite hat, dass es eigentlich zu wertvoll ist, das in private Hand zu lassen und die haben das öffentlich, also öffentlich-rechtlich gemacht. Also quasi die umgekehrte Richtung, wie hier, ja, als hier. Ja, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg haben die Alliierten für Deutschland entschlossen, dass das ein gutes Vorbild ist, dass man halt ein öffentlich organisiertes, aber vom Staats-Fairness-Medium schafft, mit ganz genauen Regeln. Und deswegen gibt es den sogenannten Rundfunkstaatsvertrag in Deutschland, der regelt, wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio zu funktionieren hat und der regelt auch, wie das private Radio und Fernsehen zu funktionieren hat. Für das öffentlich-rechtliche System verweist dieser Rundfunkstaatsvertrag auf die Landesrundfunkstaat... also Rundfunklandesverträge, die Landesrundfunkverträge. Das heißt, in jedem Bundesland ist das mit Radio und Fernsehen öffentlich-rechtlich ein bisschen anders, aber vom Prinzip her gleich geregelt. Aber für die Privaten gilt halt dieser Rundfunkstaatsvertrag. Und in dem Rundfunkstaatsvertrag für die Privaten steht drin, dass die privaten Sender auf Wunsch den Kirchen freie Sendezeit einzuräumen haben, umsonst. Also auf Wunsch der Kirchen? Auf Wunsch der Kirchen haben die Sendezeit zur Verfügung zu stellen, unentgeltlich und sogar, wenn den Kirchen Kosten dadurch entstehen, zum Beispiel beim Produzieren dieser Sachen, sich auch noch daran zu beteiligen. Echt? Ja. Das ist ja krass. Das ist super krass. Können wir da auch? Geht es da auch um weltanschauliche Gemeinschaften? Können wir uns da jetzt auch mal melden mit unserem Podcast? Also da steht eben nicht weltanschauliche Gemeinschaften, sondern da steht die katholische und die evangelische Kirche. Steht da drin, so wie ich das verstanden habe. Nur die beiden. Ja genau, sehr spezifisch. Schön. Genau. Das gilt für die Privaten. Und da kann man ja sagen, okay, der Staat regelt, dass die Privaten denen so ein Fenster einrichten müssen. Aber noch ärgerlicher finde ich es bei den Öffentlich-Rechtlichen, weil da bezahle ich ja den Opolus. Und da finde ich es noch ärgerlicher. Und da ist es halt, wie gesagt, in diesen Landesrundfunkverträgen geregelt. Die sind alle, wie gesagt, ein bisschen verschieden. Aber die sind alle so, dass es für die Rundfunkanstalten auch gilt, dass die Zeit zur Verfügung zu stellen haben, auf Wunsch der Kirchen. Und das machen die auch fleißig. Und die öffentlich-rechtlichen Fernsehanstalten gehen sogar noch freiwillig einen Schritt weiter. Und zwar gibt es in allen von diesen Anstalten eine Redaktion und eine Arbeitsgruppe, die selber kirchliche Inhalte erarbeitet, erstellt und auch sendet. Also deswegen muss man unterscheiden von den... Sind das kirchliche Inhalte im Sinne von konfessionsgebundener Funk? Oder ist das allgemein über Religion als gesellschaftliches Phänomen? Nee, es sind kirchlich gebundene christliche Inhalte. Schön. Die sich Redaktionen freiwillig ausdenken und senden. Und es gibt natürlich die Inhalte, die die Kirchen selber senden. Und ich habe in der Wikipedia eine Aufstellung gefunden von allen möglichen Sendungen, die in diese Kategorie fallen. Und da wird einem relativ schnell klar, wie viele Sendungen das sind, die die öffentliche Hand bezahlt, die auch gar nicht die Kirche herstellt, sondern die Sender selber. Liegt nochmal vor. Genau, im Ersten das Wort zum Sonntag und die Sendung Gott und die Welt. Im NDR folgen die Sendungen. Himmel und Erde, Gesegneter Abend, Kirchenleute heute, Morgenandacht, Moment mal, die Morgenandacht im Radio, die Enjoy Radiokirche, noch eine Frage, das Kirchenlexikon, Christenmenschen, Offengesagt, Auf RTL-Television, die RTL-Bibelclips, im Südwestrundfunk, 3 vor 8, Begegnungen, Anstöße Baden-Württemberg, Anstöße Rheinland-Pfalz, Wort zum Tag, zum Feiertag, Lied zum Sonntag, Wort zum Sonntag, Worte, Gedanken, Baden-Württemberg-Morgengedanken, Rheinland-Pfalz-Morgengruß, Sonntagsgedanken, Abendgedanken Baden-Württemberg, Abendgedanken Rheinland-Pfalz, dann kommt der WDR mit Kirche in WDR 2, Kirche in WDR 3, Kirche in WDR 4, Kirche in WDR 5, Kirche in 1 live, Sonntagskirche in WDR 4, Hör mal Kirche in WDR 2, das geistliche Wort auf WDR 5 und der Gottesdienst auf WDR 5. Im ZDF gibt es die Sendungen 37 Grad, Sonntags und ZDF Fernsehgottesdienst. Und jetzt habe ich sie alle aufgelistet und ich finde, das ist eine aberachtliche Reihe von Sendungen, die die öffentlich-rechtlichen Sicht selber ausdenken und das ist praktisch so vorauseilender Gehorsam, das machen die, haben da extra Redaktionen, die sich die Inhalte erarbeiten und wir bezahlen das alles. Und dazu kommen noch Sendungen, die die Kirchen selber produzieren, zum Beispiel, wenn irgendwelche großen Gottesdienste einfach übertragen werden, so wie ein Fußballspiel. Und ein interessantes Detail dabei ist, dass in diesem Rundfunkstaatsgesetz steht, da wird dann auch reglementiert, wie man mit Werbung umzugehen hat und wie weit die gesendet werden darf und dass in öffentlich-rechtlichen pro Tag nur 20 Minuten Werbung kommen darf. Und eine kleine Regel, die da super interessant ist, ist, dass wenn Gottesdienste gesendet werden, dürfen die nicht von Werbung unterbrochen werden. Schön! Und dann gibt es ja auch noch so lustige Sendungen, wie die Nonne und der Bürgermeister. Ganz genau. Und der Nentepfarrer in der Kleinstadtkirche und solche Dinge, die also arg tendenziös sind, aber die wahrscheinlich noch nicht mal irgendwie böse gemeint sind. Böse gemeint sind hier alle ähnlich. Genau, die tauchen in diesen Listen gar nicht auf, weil das einfach irgendwelche, das ist ja dann getarnt als Krimisendung oder als, weiß ich auch nicht, die Nonnen, die da so kleine Kriminalfälle lösen und der nette Pfarrer, der dann immer hinterher alles auflöst und alle sind zufrieden. Das sind so hochtendenziöse Sendungen, die in diesen Kategorisierungen gar nicht auftauchen, weil die sind einfach von diesen Gutmenschen so, also was ich auch im letzten Podcast schon gesagt habe, dass einfach so ein Vertrauensvorschuss der Kirche und ihren Männern und Frauen gewährt wird, den ich mir nicht recht erklären kann, der aber total oft zu finden ist, dass ganz unkritisch mit solchen Inhalten umgegangen wird, dass gesagt wird, was ist jetzt schlimm da dran, eine Sendung zu machen, die regelmäßig kommt, die mit netten Nonnen ist und so. Und für mich sind das tendenziöse Dinge, die da noch nicht mal in den Statistiken dann auftrauchen. Stimmt. Ein bisschen Beten hat noch keinem geschadet, ne? Genau, ein bisschen, ja. So, ja, und nochmal zu dieser rechtlichen Organisation, wie das ist in Deutschland. Darf ich da mal zwischenfragen, ist denn da auch irgendwas aus weltanschaulich neutraler Sicht oder sagen wir mal humanistischer, atheistischer Sicht, also gibt es da irgendein Gegenstück zu all diesen Sendungen, irgendwas? Es muss jetzt ja nicht sein, Dawkins ermittelt, sondern irgendwas. Nicht kategorisch, also natürlich gibt es im Fernsehen Sendungen wie Quarks & Co., die sich auf naturwissenschaftliche Themen beziehen und so weiter, natürlich. Aber die sind nicht kategorisch vom Prinzip her vorgesehen, also gibt es natürlich. Und der Auftrag der Fernsehanstalten lautet ja auch ein umfassendes Angebot für Bildung, Kultur, Unterhaltung, Sport und so weiter und da gehört das sicherlich mit dazu. Aber ein explizit atheistisches Sendefenster ist nicht als institutionelles Ding vorgesehen. Also weltanschaulich gibt es nichts. Weltanschaulich gibt es alles wirklich, aber nicht mit Absicht so gefördert, Nein, aber das würde ich dann so verstehen, dass man weltanschaulich, wie soll ich sagen, dass man weltanschaulich, weißt du das, es gibt also keine Sendung im Fernsehen, die wie Ramelots Renaissance der Kirchenfeindlichkeit hat. Ja, genau. Also um diese... Das ist tendenziell in eine Richtung. Tendenziell in eine einzige Richtung. Ich kann ja nochmal den Originaltext aus dem Rundfunkstaatsvertrag vorlesen, aus Paragraf 42, der heißt, Sendezeit für Dritte. In Absatz 1 heißt es, den evangelischen Kirchen, der katholischen Kirche und den jüdischen Gemeinden sind auf Wunsch angemessene Sendezeiten zur Übertragung religiöser Sendungen einzuräumen. Die Veranstalter können die Erstattung ihrer Selbstkosten verlangen. Oh! So, dann gibt es Sendezeit für Dritte nur für eine einzige andere Gruppe, nämlich Parteien, aber auch nur während der Wahlen und die müssen es auch selber bezahlen. Und sonst, das ist alles. Also Sendezeit für Dritte heißt de facto Wahlwerbung und freies Recht für evangelische Kirchen, katholische Kirchen und jüdische Gemeinden. Was ist denn die Begründung dafür, dass ausgerechnet jetzt hier die Kirchen diese Sonderstellung erhalten in dem Vertrag? Genau, das war auch meine Frage und da ist die Stelle, wo ich noch nicht recht weitergekommen bin. Ich habe mich gefragt, okay, dieser Rundfunkstaatsvertrag, wer hat den überhaupt gemacht? Welches Gremium war damals für den Text verantwortlich? Und da bin ich darauf gestoßen, dass der auch nicht seit Ende des Zweiten Weltkriegs so festschied, sondern dass er schon 19 Mal geändert worden ist, um aktuelle, auch technische Entwicklungen immer wieder einzubeziehen und das Recht sozusagen aktuell zu halten. Und diese Dinger heißen dann der sozuvielte Rundfunksänderungsstaatsvertrag. Aber welche Kommission oder welches Gremium jetzt eigentlich genau dafür zuständig ist, sich den Text auszudenken und den da so zu formulieren, das habe ich noch nicht rausgefunden. Da so weit bin ich noch nicht mit meiner Recherche gekommen, obwohl das natürlich eigentlich der Casus knacktus ist. Ist auch, wenn man sich überlegt, dass diese Rundfunkanstalten ja alle von einem sogenannten Rundfunkrat gesteuert werden. Also jede öffentlich-rechtliche Fernsehanstalt hat halt so einen sogenannten Rundfunkrat. Und das ist halt ein Gremium von 30 bis 50 Menschen, das ist halt je nach Sendeanstaltung im Bundesland unterschiedlich. Die sitzen da und die bestimmen halt die Richtung des Senders in Sachen Programmauswahl, Programmierung und alle möglichen, also eigentlich alle wichtigen Entscheidungen. Und dieser Rundfunkrat wählt dann noch einen, wie heißt der, einen Verwaltungsrat. Und der Verwaltungsrat kümmert sich mehr so um die finanziellen und organisatorischen Sachen. Und der Rundfunkrat wählt auch den Intendanten der jeweiligen Rundfunkanstalt. Und der Intendant ist ja, wie man weiß, so ein bisschen der Chef vom Ganzen. Und die Zusammensetzung dieser Rundfunkräte ist natürlich hochinteressant, weil der Rundfunkrat halt einfach bestimmt, was kommt im Fernsehen und was nicht und so weiter. Und die Zusammensetzung von diesen Rundfunkräten ist auch in jedem Land ein bisschen anders geregelt. Und zwar gesetzlich in diesen Landesrundfunkverträgen und teilweise in den Gesetzen. Und das sind halt Texte, die die Landtage verabschieden. Und das ist immer ein bisschen unterschiedlich, wer dann da drin sitzt. Aber es sind halt Vertreter aus der gesamten Gesellschaft. Also es kommen Leute aus den Parteien, die der Landtag dann entsendet. Und zwar wird da, glaube ich, versucht, die ungefähr Mehrheitsverhältnisse im jeweiligen Landtag wiederzuspiegeln. Und dann gibt es Vertreter von den Gewerkschaften, von Arbeitgeberverbänden, Arbeitnehmerverbänden. Dann gibt es der Deutsche Sportclub oder der Deutsche Sportverband oder wie der heißt da drin. Und ganz fest ist immer mindestens ein katholischer Vertreter, ein evangelischer Vertreter und ein jüdischer Vertreter. Und diese Zusammensetzung ist so, dass da steht relativ fest drin, wie viele Sitze da wer hat. Und dann gibt es bei den meisten Rundfunkräten noch so ein Passus. Da steht drin, okay, sieben können sich bewerben von irgendwas. Und der Rundfunkrat entscheidet dann, welche sieben Bewerber genommen werden, sodass halt auch noch andere Institutionen theoretisch die Chance hätten, da reinzukommen. Und drei werden, drei Plätze werden noch gewählt, ich glaube vom Landtag werden auch noch. Also die Zahlen sind auch immer ein bisschen verschieden, wie viele das jetzt genau sind. Auf jeden Fall ist das so eine Zusammenstellung und immer sind Kirchenvertreter dabei. Und der SWR hat vor ein paar Jahren eine total interessante Neuerung vorgenommen. Der hat nämlich den Sitz der freikirchlichen Institutionen abgeschafft und den vergeben an die muslimische Institutionen in dem Bundesland. Und das fanden die evangelischen Freikirchen spektakulär ungerecht. Und der Rest des Landes hat gesagt, ja, ich meine, die Muslime sind immer wichtiger zu nehmen und ernst zu nehmen und auch immer mehr vertretene Gruppe und warum haben die keinen Sitz? Ja, leider sind die Evangelikalen und Pietisten und wie sie alle heißen im Südwesten ja ziemlich stark und stärker werdend. Das wird gerne übersehen, weil die Großkirchen, insbesondere die evangelische Kirche, da gerne einen Deckel drüber hält und das nicht so allzu öffentlich macht. Aber vom Prinzip, wenn die anderen alle einen Sitz im Rundfunkrat haben, sehe ich nicht ein, warum die keinen Sitz im Rundfunkrat haben sollten. Außer, dass sie ziemlich scheiße sind, wahrscheinlich. Aber das ist ja auch eher merkwürdig. Was ist das, SWR? Genau, der SWR. Der SWR hat da neue Wege. Also das ist in der Bundesrepublik im Moment einmalig. Der SWR ist der einzige Rundfunkrat, wo halt auch muslimische Vertreter einen Sitz haben. Und wie ist das mit Humanisten und Tateisten? Gibt es da irgendwas? Ja, niemand da. Man darf hoffen, dass aus all den Gruppierungen, die da sitzen, tatsächlich auch Leute sind, die konfessionslos sind. Aber es ist nicht vom System garantiert. Ich meine, natürlich können auch Gewerkschaftsvertreter, die Rundfunkraten, Kirchen sein. Wenn du die Leute zählst, die in irgendeiner Kirche sind, Mitglied sind, dann sind das bestimmt mehr als drei pro Rundfunkrate. Ich meine, ist da irgendwelche weltanschaulichen Organisationen, die nicht kirchlich gebunden sind, die dabei sind? Nein. Nein. Leider nein. Beispielhaft am Beispiel des WDR kann ich ja mal kurz zusammenfassen, wer im Rundfunkrat des WDR sitzt. Der Rundfunkrat des WDR besteht aus 60 Mitgliedern. 13 werden vom Landtag entsandt. Das sind also die, die von den Parteien kommen. Dann kommen ein Vertreter der evangelischen Kirche, ein Vertreter der katholischen Kirche, dann ein Sitz für die Landesverbände der jüdischen Gemeinden von Nordrhein-Westfalen, ein Sitz für den Deutschen Gewerkschaftsbund, ein Sitz für den Deutschen Beamtenbund, ein Sitz für die Landesvereinigung der Unternehmensverbände, ein Sitz für den Nordrhein-Westfälischen Handwerkstag, ein Sitz für den Westfälisch-Lippischen Landwirtschaftsverband, ein Sitz für den Städtetag Nordrhein-Westfalen, ein Sitz für die Mitgliedsverbände der Arbeitsgemeinschaft der Sprecher. I think we get it. So, und das Tolle ist, in manchen Rundfunkräten wendet die Kirche einen kleinen Trick an. Die schicken natürlich Leute, die besonders engagiert sind und wahrscheinlich auch keinen anderen Job haben. Und die sitzen dann im Rundfunkrat und der Rundfunkrat wählt ja den Verwaltungsrat. Und die lassen sich dann in den Verwaltungsrat wählen, weil sie halt sehr aktiv da sind. Und das bedeutet, dass wenn sie im Verwaltungsrat sitzen, dann darf einer in den Rundfunkrat nachziehen. Das heißt, dass die Kirche auf einmal mehr Vertreter da hinsenden kann, weil die dann Plätze im Verwaltungsrat und den Nachzügler im Rundfunkrat haben. Geschickt. Schön. Ja. Also ich habe ja auch gerade mal, warte, da ist noch einer. Ich rolle gerade mal die Liste durch und gucke mal vom SWR und gucke, wer da zumindest offensichtlich religiös geschickt wird. Und da habe ich acht Leute. Also da steht da halt, was weiß ich, Evangelische Kirche daneben. Die habe ich mitgezählt, was der Landesjugendring Rheinland-Pfalz ist, zum Beispiel, weiß ich nicht. Das kann sein, dass das irgendeine Tochterorganisation oder der Landesfamilienrat Baden-Württemberg. Das klingt übel, Landesfamilienrat. Aber vielleicht sind es ja ganz nette Leute. Die Vermutung hatte ich auch, da bin ich aber auch noch nicht nachgegangen. Aber das habe ich auch gesehen und habe auch gedacht, ach, so versteckt. Also am Beispiel SWR sind es halt acht, aber da ist auch ein Moslem bei und eine israelische Religionsgemeinschaft Baden-Württemberg-Vertreter. Ja, und welche Frage ich auch noch nicht klären konnte, ist, wer genau diese Zusammensetzung der Rundfunkräte bestimmt. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir wollen zum Beispiel versuchen, dass wir auch einen humanistischen Sitz da haben oder dass wir jetzt noch mehr verschiedene Religionsgemeinschaften da teilnehmen lassen wollen. Also wie man das genau macht, also wer genau jetzt eigentlich... Damit sie sich neutralisieren. Ja genau, wer dieses Gesetz eigentlich schreibt und wer das jetzt eigentlich festlegt, das ist mir noch nicht ganz klar. Ich schätze mal, dass es da in den Landtagen spezielle Ausschüsse und Gremien gibt, die damit beauftragt sind, diese Gesetzgebung genau auszuarbeiten. Und wer dann da drin sitzt, das wäre nochmal besonders interessant. Und ich habe geguckt, wer das in Nordrhein-Westfalen macht, aber da bin ich ja noch nicht so weit gekommen, da muss man nochmal genau... Ich glaube, der WDR ist die größte Landesrundfunkanstalt, oder? Ja, ist so. Ja, und auf jeden Fall in Nordrhein-Westfalen ist hier eine Auflistung von Politikern aus dem Landtag, die halt zu dem Gremium gehören, die dieses Landesmediengesetz und so machen. Und die jetzt nochmal einzeln rauszuforschen, fände ich interessant. Und auch rauszukriegen, welche Rolle diese katholischen und evangelischen Büros in den Landtagen spielen, wenn zum Beispiel das Gremium zusammentritt, um das Rundfunkgesetz zu verändern. Ob dann das irgendwie nochmal so ein bisschen rauszukriegen, ob da Zusammenhänge bestehen und wie das genau funktioniert, da bin ich aber noch nicht zu gekommen. Aber ich bin mir sicher, dass man da auch noch viel finden kann. Ja, es kann sein, dass das also ein sehr langes Graben im Dreck ist, um da mal die Zusammenhänge ein bisschen rauszuarbeiten. Ja. Sehr schön alles. Ja. Ja, danke für deine Recherchen. Das ist wirklich interessant, ist eine interessante Baustelle auch. Und wir freuen uns auf Teil 2. Genau, ich bleibe dran und verspreche weitere Einsichten. Genau. Ja, sollen wir dann jetzt zum nächsten Thema übergehen? Genau. Okay. Es folgt ein Gottesgefahr. Feuer, 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 Feuer. Feuer, 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 Feuer.